Servus Leute, falls ihr Besitzer von einem Elektroauto von Hyundai oder Kia seid, habt ihr vielleicht schon leidliche Erfahrungen mit einer leer gesaugten 12 Volt Batterie machen müssen. Ich habe etwas im Netz recherchiert und auch eigene Messungen durchgeführt, aber auch für andere E-Auto Besitzer könnten die Informationen interessant sein. Ich selber habe im Auto keine Probleme mit dem Bleianker, obwohl das Auto nach einer defekten Batteriezelle in der HV Batterie monatelang beim Händler stand, und der Bleianker tief entladen worden ist. Die Batterie ist also nicht mehr taufrisch, hat aber den Test durch den Händler bestanden. Eine Garantie für die 12 Volt Batterie gibt es für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im IONIQ 5 ist eine 60 Ampere Stunden bzw. 62 Ampere Stunden Standard Bleisäure Starter Batterie von UASA verbaut. An sich der gleiche Batterietyp, der im Verbrenner ohne Start-Stopp-Automatik und ohne Energierückspeisung seit Jahrzehnten verwendet wird. Also eine erprobte und günstige Batterie. Da die E-Autos durch Rekuperation auch wieder Energie in die HV Batterie zurückspeisen, kann man sich natürlich fragen, ob der einfache Batterietyp der richtige ist. Dazu dann später mehr. Die Batterie wird übrigens bei jeder Fahrt mit etwas über 14 Volt nachgeladen und wenn das Auto ausgeschaltet ist, ungefähr 10 Mal am Tag. Hier zunächst einige recherchierte Ursachen, wie die Batterie entladen worden ist bzw. sein könnte. Defekter elektrischer Ladeklappenöffnungsmechanismus. Dadurch bedingt der Defekt des Ladeklappensteuergerätes. Das wurde von Hyundai aber behoben. Unlimitierte Bluelink-Abfragen durch Drittanbieter-Apps. Die Apps wurden von Hyundai gesperrt und die Abfrage über Bluelink begrenzt. Gemerkt hatte ich mir einen Wert von ca. maximal 20 Abfragen pro Tag. Das ist aber unbestätigt. Beim AC-Laden an einigen Wallboxen wird nach Ladeende die 12-Volt-Batterie nicht mehr geladen, wenn der Stecker z.B. über Nacht stecken bleibt. Eventuell ein Fehler in der Software der Wallbox. Die Steuergeräte sind immer nur aktiv und entleeren die Batterie. Unter 20% State-of-Charge der Hochspannungsbatterie wird der Bleianker nicht mehr geladen. Selbst ein Bau von Zubehör an Dauerplus, z.B. Dashcams mit Parkmodus, Batteriewächter z.B. ungünstigerweise direkt an den Batterie klemmen, GPS-Tracker, vor allem bei Leasingfahrzeugen im englischsprachigen Raum. Bei länger dauernden Steuergeräte-Updates in der Werkstatt keine Unterstützung der 12-Volt-Batterie durch externe Stromversorgung. Das ist wohl einigen bei dem letzten ICCU-Update passiert, dass danach die 12-Volt-Batterie durch Tiefentlatung geschädigt war. Falsches Nachladen der Batterie durch Starthilfe. Anschlüsse wurden direkt an die Batterieklemmen angeschlossen. Möglicher Defekt des Batteriesensors, dadurch kein Nachladen mehr. Das Nachladen der Batterie und die Starthilfe wird auch häufig von Werkstätten falsch durchgeführt. Ich verlinke euch mal eine Beschreibung des Batteriesensors und wie man richtig die Batterie lädt. OBD2-Scanner nicht abgezogen bzw. schaltet nicht in den Ruhezustand. Die vorderen Lüftungsklappen öffnen sich, während die 12-Volt-Batterie nachgeladen wird. Das habe ich bei meinem Auto mehrmals beobachtet, heißt aber nicht, dass es immer so sein muss. Ein mechanischer Defekt, eine Lüftungsklappe kann die Batterie belasten. Tür nicht richtig geschlossen, Heckklappe offen. Fronthaube offen. Hier mal ein Mitschrieb von meinem Batteriewächter. So, hier seht ihr mal eine Aufnahme von meinem Batteriewächter am 18. Februar 2024. Hier ist es eine ganz normale Aufladung vom Auto. Hier habe ich glaube ich mal die Tür geöffnet. Und ab 15 Uhr habe ich Messungen für ein Video gemacht, wie sich das Laden der 12-Volt-Batterie bei geöffneter Motorhaube und bei geschlossener Motorhaube auswirkt. So, gegen 19 Uhr habe ich das Auto nochmal gestartet. Ja, und dann die Messungen beendet. Ich habe dann ab und zu mal auf meinen Batteriewächter geschaut und natürlich gemerkt, dass die Spannung immer weiter abgesunken ist. Und ich habe mich gefragt, beziehungsweise auch gewundert, weshalb das Auto nicht nachgeladen hat. Ja, so gegen halb zehn ist mir eingefallen, dass ich die Motorhaube ja gar nicht geschlossen habe. Ja, okay, nachdem ich sie geschlossen hatte, hat er auch sofort geladen und die Spannung stieg auf so 12,8 Volt. Beleuchtung im Auto-Innenraum auf Dauerlicht eingestellt. Die Batterie wird nach zehn Ladeversuchen nicht mehr nachgeladen, da vom BMS ein Defekt an dem Bleianker vermutet wird und die HV-Batterie vor einer Tiefentladung geschützt werden soll. Die 12 Volt-Batterie wird unter einem SOC von ca. 60% vom BMS auch nicht mehr nachgeladen. Es gibt wohl noch mehrere Bedingungen, wo ein Nachladen nicht mehr erfolgt, die sind aber noch nicht öffentlich. Man kann über die OBD2-Schnittstelle einige Parameter auslesen. Hier die Spannung und Ströme zweier automatischer Nachladevorgänge. Es fällt in diesem Diagramm auf, dass der Ladestrom der 12 Volt-Batterie anfangs etwas zu schwingen scheint, so von minus 10 Ampere bis über 25 Ampere. Man kann aus den ausgelesenen Daten eine Leistungsbilanz erstellen. Dabei stellt die Hochspannungsbatterie für einen Ladevorgang 220 Watt zur Verfügung. Davon entfallen dann 190 Watt auf den DC-DC-Wandler und in der 12 Volt-Batterie landen dann nur 65 Watt. Das entspricht einem Wirkungsgrad von ungefähr 29,5%. Ich habe auch mal die Daten während eines Ladevorgangs am HPC ausgelesen. Meine schwache 12 Volt-Batterie wird also während des HPC-Ladens noch mit etwa 0,5 Ampere geladen. Die Stromzappler am Anfang der Kurve sind recht klein mit 0,1 Ampere. Aber wie sieht es nun während einer Fahrt aus? Auf dem Diagramm sieht es zunächst etwas wild aus durch das Gezappel. Das kommt wahrscheinlich durch das Rekuperieren und Beschleunigen, aber insgesamt sind die Stromschwankungen mit deutlich unter einem Ampere moderat, wie ich finde. Oder wie seht ihr das? Aua! Stellt sich abschließend die Frage, wie die Batterie im Stand unter welchen Bedingungen nun belastet wird. Ich habe mit einer Stromzange in der Plusleitung der Batterie den Strom erfasst, Aufzeichnungsgeschwindigkeit 10 Samples pro Sekunde. Der erste Strompeak entsteht durch das Aufschließen des Autos mit dem Schlüssel, danach folgen Türen öffnen und wieder abschließen. Der hohe Peak vor dem 15 Ampere Plateau kommt durch einmaliges Drücken des Startknopfes ohne die Bremse zu treten. Beim Ausschalten wird die Batterie immer noch mit ca. 10 Ampere belastet. Beim Einschalten des Autos auf Ready, Bremsetreten beim Drücken des Startknopfes, pfeift der Strom erst auf 22 Ampere, bis er ins Negative rauscht auf ca. minus 50 Ampere. Die Batterie wird nun geladen. Nach dem Ausschalten des Autos wird die Batterie anfangs mit ca. 10 Ampere belastet. Der Strom aus der Batterie nimmt sukzessiv ab, die Steuergeräte schalten sich nach und nach aus, bis nach insgesamt fast 15 Minuten der Strom auf Null abgesunken ist. Den Kapazitätsverlust der Batterie kann man durch numerische Integration abschätzen. 0,79 Wattstunden Kapazitätsverlust nach einer Fahrt, abschließen des Autos und schlafen liegender Steuergeräte. Nach Recherche im Netz wird die 12 Volt Batterie auf ca. 92% SoC gehalten und unter 60% SoC erfolgt keine Nachladung mehr. Die Differenz von 30% Batteriekapazität entspricht bei einer 60 Wh Batterie 18 Wh. Man müsste also sehr viele kurze Fahrten mit dem Auto pro Tag unternehmen, um dieses Limit zu erreichen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie die Batterie unbeabsichtigt geklärt werden kann? Was passiert denn bei einer Bluelink-Abfrage? Ich habe die Motorhaube geöffnet, das Auto wieder verschlossen, den Schlüssel weit weggelegt und erst nach Abklingen aller Ströme eine Bluelink-Abfrage gestartet. Die Messung habe ich diesmal mit einer anderen Stromzange durchgeführt. Mangels kabelloser Datenübertragung dieser Stromzange habe ich das Display mit einer Kamera abfotografiert, ungefähr mit einem Sample pro Sekunde und die Ströme Bild für Bild ausgewertet. Na, das war ein Spaß! Ergebnis 0,51 Wh Kapazitätsverlust der Batterie Ich habe noch einen zweiten und einen dritten Versuch unternommen, und zwar mit einem Sample alle 10 Sekunden über einen längeren Zeitraum von einigen Stunden. Anfangs ist der Stromverlauf wie bei der ersten Messung. Der Strom sinkt auf ein niedriges Niveau von ca. 0,3 Ampere. Allerdings nach ca. 50 Minuten steigt der Strom plötzlich wieder, ohne dass sich irgendein Befehl über Bluelink noch über den Schlüssel gegeben hätte. Sehr kurios! Nach etwas über zwei Stunden habe ich die Messung abgebrochen. Resultat, die Kapazität der Batterie wird bei diesem Verlauf um ca. 1,34 Wh verringert. Wer viel misst, misst, misst. So, was hat denn die ganze Messerei gebracht? Die stellenweise hohen Ströme machen einer Starterbatterie nichts aus, selbst wenn sie durch eine Tiefentladung wie in meinem Fall nicht mehr die volle Kapazität hat. Beim Starten eines Verbrenners sind die Ströme noch höher. Das sollte die Batterie also verkraften. Ich tippe eher auf einen nicht systematischen Fehler. Die Messungen können aber zeigen, dass es durchaus möglich ist, dass durch viele Bluelink Abfragen sehr viele kurze Fahrten am Tag die Batteriekapazität verringert werden kann. Das müssten aber absurd viele Fahrten und oder Abfragen sein. Das ist also mehr als unwahrscheinlich. Alle Stromverläufe zeigen aber immer einen treppenförmigen Verlauf, als ob sich z.B. Steuergeräte nach und nach abschalten. Das sind meistens Stromstufen von ca. 3 Ampere. Durchaus möglich, dass sich ein Gerät nicht abschaltet und die Batterie leer saugt. Ich habe bisher zweimal aus unerfündlichen Gründen mein Auto nicht starten können. Minuspol abklemmender Batterie hat geholfen. Unwahrscheinlich finde ich das also nicht. 3 Ampere über 10 Stunden sind 50% der Batteriekapazität. Damit liegt die Batteriespannung unter 10 Volt und die Türen gehen elektrisch nicht mehr auf. Eventuell kann man die Batterie durch externes Nachladen wieder refreshen. Aber eine Macker hat sie dann definitiv weg und sollte bald ersetzt werden. Bevor ich das Video beende, möchte ich noch einmal zurück zur Eingangsfrage. Ist eine korrekte Batterie im IONIQ 5 verbaut? Ich sag's mal mit Radio Erivan. Im Prinzip ja, aber es geht besser. Das hohe Stromvermögen für eine sehr kurze Zeit einer normalen Anlasserbatterie benötigt man im E-Oto nicht. Wie wir gesehen haben, wird vielmehr von der 12 Volt Batterie ständig ein minutenlanger Strom im hohen einstelligen Amperebereich verlangt. Wenn man sich im Standby-Modus befindet und so ein- oder zweimal den Startknopf drücken, ohne die Bremse zu treten, dann geht es schon mal über 20 Ampere je nach aktiviertem Verbraucher wie Licht- oder Klimaanlage. Da so eine einfache Starterbatterie nicht so tief entladen werden sollte, z.B. nicht unter 12 Volt, um eine Beschädigung der Zellen zu vermeiden, sollte man den Standby-Modus so wenig wie möglich verwenden. Man kann die Batterie auch pflegen, praktisch so wie den Autolack. Eben tonusmäßig die Batterie ausbauen und mit einem guten Ladegerät laden. So ein- bis zweimal im Jahr wäre mein Vorschlag. Man könnte die Batterie auch upgraden. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Mein Favorit wäre eine AGM-Batterie. Diese ist temperaturstabiler, zyklenfester und kann auch tiefer entladen werden als eine normale Starterbatterie. Eine Entladung auf 50% der Kapazität soll sie vertragen. Sie ist auch nur wenig teurer. Die zweite Möglichkeit wäre der Einbau einer geeigneten LFP-Batterie. Das wäre bezüglich der Stromentnahme und Temperaturstabilität derzeit der Goldstandard. Aber Vorsicht, diese Batterien benötigen höhere Ladespannungen und werden vom BMS im Ioniq 5 nicht unterstützt. Eventuell erlischt dadurch ein Garantieanspruch im Fehlerfall. Außerdem sind die LFP-Batterien zur Zeit noch unverhältnismäßig teuer. Also Faktor 4 bis 5 wie eine normale Starterbatterie. Abseits der geschilderten Ursachen für eine entleerte Batterie haben die Messungen keinen systematischen Fehler vom Auto gezeigt. Bluelink Abfragen und oder viele Einzelfahrten pro Tag verringern zwar die Kapazität der 12V Batterie, wenn nicht nachgeladen wird, reichen aber nicht aus, um die Kapazität so runter zu drücken, dass man das Auto nicht mehr starten kann. Nach einer Fahrt oder Bluelink Abfrage schalten sich Steuergeräte nach und nach aus und ziehen jeweils 3 Ampere aus dem Bleianker. Durchaus möglich, dass sich unter bestimmten Umständen ein Steuergerät nicht abschaltet. Nach 10 Stunden werden mindestens 50% Kapazität einer vollen Batterie verbraucht und das Auto nicht mehr startbereit. Das wäre für mich das wahrscheinlichste Szenario. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Einen schönen Tag noch und macht's gut. Euer Feinschmecker